Applaus Mit der hinteren Kante nach, die ist 4m lang und wenn man in der Mitte ausgehen, dann heisst es links und rechts je 2m. Und dann bis zu der Kante, kann man das nicht abmessen, das gibt dann 3,80m. Das ist der Buchstabe C. Und dann noch bis zur Spitze von 5 weg, nochmal 2,35m. Beide Seiten von der Mitte aus je 3m, 4m oder 5m. Ja. Okay. Gut. 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 Und nun noch D, 2m, 5m. Gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. 3, 2, 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 4, 3, 3. 2, 3, 4, 5, 4, 2, 3 3. Stimme 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 Stimme! Schau mal an den Krupt Ja. 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 Ich erinnere mich an eine berühmte Kantake und an das erste Mal, als ich sie hörte. Ich weiß noch die Küche, den Boden, den Tisch, das Fenster und ich weiß noch die Jahreszeit und das Licht. Es war eine Kantake von Bach. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und, ich weiß noch, die Tonleiter und die Tränen. Ich weiß noch, ich weiß noch die Sonnate Pathétique, ich weiß noch die Präludien, ich weiß noch die Fantasie Imponptue. Amen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Amen. 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 Boah. Ich erinnere mich an Sommernächte, an Sommernächte auf Hügeln, an Tannen, an Wind in den Tannen und an Freunde, an Gespräche, an Verliebtsein. Ich... Hauze. 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 Amen. Ich erinnere mich an mein erstes Blockflötenkonzert, an Weihnachten, Weihnachtslieder, ich weiß noch den Saal, die Aula, die Wüste von den Flügeln und die Aufregung und das Lampenfieber und wie sehr ich ins Bad musste und wie ich mich weigerte und wie ich beim ersten Ton von den Flügeln und die Flügeln und die Flügeln und die Flügeln. Ich erinnere mich an das Robot, Benelemente und die Flügeln und die Flügeln und die Flügeln, die Meister dienen bei Untertitelung des ZDF, 2020 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 Als ich die Klavikkonzerte hörte, D-Moll, A-Dur, C-Moll, ich weiss noch, die Kopfhörer, die Stereoanlage, das Zimmer, das Fenster, das Bett und wie mich diese Musik erklärte und nach und um mich stelle. Und ich weiss noch, das erste Mal, als ich ein Orchester live hörte, ich weiss noch, was du gesagt hast, ich weiss noch, das Holz, die Marmor wurde sagt, ein ganzes Orchester in Echt. Also, die Streifel, da gab es Geigen, da gab es Arsch, da gab es Chels, Haas, Hauthaus, ich weiss noch, die Halt und die Haufen. Und ich weiss noch, wie ich diese Musik erklärte, die von mir stelle. Flöten, 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 Flöten Finde den Tag und richte dich stille und finde ich diese Musik ergriffen. Sorte! 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 Kau, zu sie sag. Kau, zu sie sag. Kau, zu sie sag. ZANG EN MUZIEK Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. 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 Das war's für heute.